Ich muss noch mal in sein Haus rüber werfen. Bei anderen kann es ja auch nicht gehen, wenn er nicht rüber rennt, irgendwie von selbst. Wenn da sonst da sind. Aha, Feinwall. Feinwall geht's. Interessant. Guter Wurf. Gut gefangen. So, ich bin dran. Du schaffst das, lauf einfach weiter. Sind nur Ratten, stimmt's? Erkenn ich doch schon. Ja, worauf warte ich dann? Na los, los, ja. Nicht denken, rennen. Nicht denken. Ja, du bist ziemlich schnell. Danke. Es geht nichts über gute Motivation. Hier ist noch ein Heuball. Komm schon, na los. Geschafft. Übrigens, ich mag dein Kampfschrei. Ja. Danke. Damit kann ich schneller rennen. Glaub ich. Fast geschafft. Durchatmen. Ich versuche es. Ja. Gut, wir sind fast da. Ich hoffe in Marseille ist es besser. Wenn der Orden ihn in die Finger kriegt, ist es zu spät. Die sind nicht alle wie Vaudan, Amicia. Das Risiko können wir aber nicht eingehen. Ja. Ja. Ich hatte Angst. Hey, du kennst mich doch. Ich komme immer zurück. Habe ich ihm auch gesagt. Ich bin trotzdem froh, dass es euch gut geht. Ich störe ja nur ungern, aber wir müssen weiter. Und die verdammte Kette ist im Weg. Wir kümmern uns drum. Ich schüße ein anderes. Wir brauchen keine Fähre. Die Kette muss weg. Ich bin völlig verrostet, glaube ich. Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Unter dem verdammten Steg ist irgendwas. Scheint die Kette zu blockieren. Wie kommen wir da runter? Wir finden ein Löser. ... Vielleicht auf der anderen. Ich kann ja die Fähre nehmen. Dann soll ich mir rüberkommen. Dann sehen wir ein Minnetaus. Das ist ein Dufkrainer. Das ist auch besser. Das ist beide Fähne. Und dann schauen wir uns an. Hier ist es zu steil. Er rollt weg. Lukas, das übernimmst du. Natürlich. Und? Ist da ein Durchgang? Da ist ein Loch. Oh Gott. Ah, die waren tot und verpestet. Alles gut. Da sind überall tote Leute. Raus da. Nein. Ist schon gut. Keine Sorge. Tut mir leid. Nein. Bitte nicht. Nur tut mir leid. Ich muss bitte verzeih. Es muss leider sein. Es muss normalerweise komplett zerteilt sein, wenn er da rein verlutscht. So. Versuch's jetzt mal. Du hast es geschafft. Ich bring die Fähre zu dir. Ja. Bitte. Kannst du rollen. Bin unterwegs. Das war bestimmt schrecklich. Ja. Ich muss so stinken. Naja, zum Glück ist noch kein 4D. Aber irgendwann gibt es das sicher. Ich kann da auch nicht mehr raus. Ich muss direkt da vorne raus, oder wie? Ich kann da nicht. Du bist in Ordnung. Endlich Luft. Lass dir Zeit. Sag mir Bescheid. Lass es bleiben. Mir leid, Amicia. Ich hab Angst. Ach nein. Es ist nicht deine Schuld. Marseille wird dir gut tun, Igor. Ich will nicht zum Orden gehen. Ich weiß. Magister Baudin war nicht nett. Aber diesmal wird es anders. Seine Insel, Mutter. Nicht jetzt, Amicia. Na gut. So. Die Kette muss weg. Auf welche Weise auch immer. Siehst du was? Ich suche schon. Das nütten wir ein bisschen. Ich rückte mir Start. Das muss doch etwas sein. Das ist so weg. Oh. Boah. Boah. Worausen ist nur Leute da. Wir müssen aber raus. So eine Kiste, eine große. Wir müssen doch irgendwie die Tür aufmachen oder irgendwie raus. Was abschießen brauchst du? Einfach der Kette nach, Amicia. Du findest schon was. Ah, hier. Könnte klappen. Amicia, nein! Geht's dir gut? Was zur Hölle? Sag schon! Mir geht's gut! Hätte mich nur fast zermalmt. Wie soll sie zurückkommen? Die Kette ist weg, aber die Portons auch. Ich docke an der Schleuse bei der Brücke an. Lukas, kommst wieder hin! Irgendwie bestimmt! Alles klar, bin unterwegs! Sei vorsichtig! Pass auf dich auf! Ja, ja! Ist doch egal, was mit mir ist. Hier geht's nur um Ugo, Mutter. Ich weiß, du vertraust mir nicht. Aber hör ihm bitte zu! Beruhige dich! Konzentrier dich! Oh, das freu ich grad nicht. Da brauche ich. Wie soll ich da rüber? Das merkt man, ich weiß ich. Er liegt rund, doch. Das ist vielleicht ein Erfolg wenn man alle Dinger findet, Werkstätten, aber es wäre jetzt auch schon wurscht, wenn wir uns richtig auslassen. Das würde ich nehmen als nächstes, das da, ich brauche noch 10. So will ich mal, was ich schaue, ob ich oben mehr Sachen brauche oder weniger eigentlich, im Herstellen von... zum Aufwerten von Objekten, müssen wir jetzt ja benutzen. Ist da was für uns drin? Es wird doch los. Naja, jetzt weiß ich, dass ich das hätte auch noch bezahlen. Ich brauche ihn mal aufmachen. Ich bin so ein bisschen verpasst leider. Ich bin so ein bisschen verpasst. Ich bin so ein bisschen verpasst. Ich bin so ein bisschen verpasst. Wie komme ich da rüber? Ganz ruhig. Du bist aufgewühlt und du weißt warum. Die Insel. Denk jetzt nicht dran. Bleib konzentriert. Das. Ich bin so ein bisschen verpasst. Wie kann ich da reingehen? Ich kann jetzt da rein gehen, was ist das? Ich bin so ein bisschen verpasst. Ich bin so ein bisschen verpasst. ok schon mal rauf gehen weil abschießen was du ist das da irgend das ist die bauen da nicht einfach um sonst etwas her wenn man raus kann das ist wegen der aussicht oder was heftig aussicht diese rotzenden ratokalypse bist du hier gestrandet tut mir leid ich brauche dich ich tue alles um ihn aufzumuntern bald geschafft wieder eine verpasst nein diesmal nicht nur da klarten werde ich mal bei dem spiel nicht kriegen beim ersten durchlauf zumindest gut das ist geschafft Lukas, wo bist du? Mutter, ist Lukas noch nicht bei dir? Nein, wir sehen ihn nicht mehr. Aber was macht er denn? Oh, ich werde schon den... Ah, okay, deswegen... Okay, okay. Jetzt müsste ich zurückkommen. Da müssen sie rüberfahren. Komm her, ich brauch dich. Ich stehe. Lukas! So sollte es gehen. Los geht's. Gut, eine Insel finden. Und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Ganz diskret, okay. Das war hier. Ich würde es nicht um den Abruf gehen. Alles klar! Loslassen! Wie gefällt euch das? Lukas, alles Ordnung? Ich zittere am ganzen Körper. Ich denke da oben. Danke. Zu viele Ratten. Ich komm nicht zu euch hin. Amicia, mach ihm den Weg frei. Wie? Präpariere deinen Bolzen mit Ignifer. Feuer auf irgendwas aus Holz. Dann brennen die Bolzen länger. Mach ich. Lukas, ich sag Bescheid, wenn der Weg frei ist. Verstanden. Danke, das sollte reichen. Der Weg ist schon fast frei. So, du kannst kommen. Ja, brillant. Bin unterwegs. Wie geht es dir? Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was ist in der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Du bist offenbar aus See geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht. Dann los. Jetzt. Ich bin jetzt gefühlt. Ach, nette Versuch. Ich bin jetzt gefühlt. Das ist schlecht. Was ist los? Schnell, fluss aufwärts. Was hast du mit denen gemacht? Hab dich nur verteidigt. Halt dich das Wort auf. Anizia! Anizia hat Parking. Nein! Ich muss Josef Deckung geben! Ich komm schon zurück! Mache Entscheidung! Stopp zum! Rechts! Bin dabei! Wir haben da nur gehört! Haltet das Ding auf! Ihr könnt uns nicht mehr! Wer kommt jetzt? Wir müssen hier abhalten! Oh nein! Sie versperren mich hier! Alp hier! Wir müssen von hier verschwinden! Wir müssen von hier verschwinden! Verdammt! Sie blockieren uns! Halt den Karren ab! Zünd das Ding mit ein! Dann drohen wir! Brenn! Jetzt brenn schon! Es dauert zu lang! Scheiße! Hast du es geschafft? Ja! Anizia! Komm her! Jetzt! Ja! Schluss jetzt, Mutter! Da, bitte! Wie gefährdet das? Ja! Das ist Wahnsinn! Da! Der Waldherr hat alles auf, was er hat! Du hast den Schampf-Krieg an den Hügel! Halt den Klicht! Aber wenn kommt dieses Schweizer so kalt?! Wir kriegen sie an der Brücke, zack, ich bin halt, dass sie knappen! Genau! Sag ich, dass sie so gut wie tot sind! Gell! So, dass sie wieder den Kieler raushängen. Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind! Bleib am Ruder und überlass sie mir! Nicht schlecht, Kleine! Ihr Armbrust ist wie für dich gemacht! Was? Nein! Alle sterben noch am Tisch! Geh sie da rein und pass auf die Brücke auf! Oh, die werden sie hinterm! Oh! Trink, Kerle! Oh! Trink, Kerle! Nein, wir ziehen uns rücker! Ah, ich schaue jetzt aber mit mir, wenn der Armbrust ist! Sie haben uns! Ich muss das Boot befreien! Hör auf! Sie werden nicht kämpfen! Sie sterben zuerst! Voll ein Badass geworden! Geh sie da rein, es sei denn ihr wollt kämpfen! Ein Badass-ing! Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen! Wetter! Ich bringe Gelo! Ich bringe Gelo! Ja! Nice! Du glaubst du kannst dir alles erlauben, hör! Okay, dann müssen wir lieber schneller sein! Ich sinken und dann muss ich dort schießen! Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen! Sie kommen! Entdeckung, schnell! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst du kannst dir alles erlauben, hör! Ich bin irgendwie in Deckung gehen, aber egal! Nein! Ich bin tot! Lass meine Familie in Ruhe! Sie kommen in Deckung schnell! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst du kannst dir alles erlauben, hör! Vorwärts, sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Annot? Kommt, kämpft! Für wen hältst du dich? Ich schnitt dich auf! Ich stopf dir deinen Maul! Mit deinem... Ja, kommt! Ihr könnt was erleben! Ich krieg dich, Süßer! Nicht nachlassen! Muss erledigen! Ich tüge sie alle, Anno! Ich bringe es zu Ende! Geil denn mehr? Dann die Waffe, oder? Oh ja, eigentlich so! Das waren alle! So! Ja, das Boot! Ich muss die Seile kappen! Was ist der Arno? Was ist der Arno? Was ist der Arno? Nicht zu schnell! Na, was willst du jetzt tun? Nein! So, Arno! Ich bin hier! Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst! Es ist auch nicht los! Lau! Das Boot! Hänge ich jetzt ab! Dank zu den Seilen! Schau dich an! So unvorbereitet! Du bist ohne Töten! Das muss ich dir lassen! Aber was jetzt? Nein! 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 Nicht anhalten! Wer tötet, muss bereit sein, getötet zu werden! Nur fair, oder? Keine Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Irgend mit dem Schwert stirbt doch der Schwert! Ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na, mit der Ausblick? Nein! 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 Fahr zu Hause! Was ist los? Ich dachte, du wolltest sterben! Genau! Festett dich, das passt zu dir! Ich kriege dich sowieso! Insicherheit! Erstmal, Arno! dich nicht Gracias! Hier ist das Spiel, das ich finde! Willst du hin? Ich schnapp mir ihre Familie damit locke ich sie raus! Oh Noo... Dreck's Kerl! Komm raus! Ich tu dir nicht weh! Ich muss vor ihm beim Bord sein! Ich kann nicht tun nicht weh! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Ich glaube, ich habe den Kühn. Ah, bitte sinken da bitte. Da hat er so ein Messerquallen und sie ist nicht gestoppt. Letzte Lektion. Wenn du das Risiko suchst, musst du besser sein. Na sieh mal an. Verstärkung. Jetzt stehen wieder die Ratten hinterher. Jetzt hauen sie doch. Warte. Ganz ruhig. Sie sind weg. Du wirst doch nicht sterben. Nein. Komm zurück. Wir haben nicht gezeigt. Was hast du vor? Vielleicht würde der Rattenchecker heißen. Amicia. Ami. Amicia. Was tust du? Was, was tust du da? Wir gehen zur Insel. Moin. Wie wäre es, wenn wir in den See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. Wir haben jetzt ein bisschen neues Stück. Sie wissen gar nicht, wie man ein Boot steuert. Hm? Mama und Lukas. Sie schaffen das schon. Niemand ist klüger als die beiden. Es blutet wieder. Ja, wir sollten uns darum kümmern, bevor es sich infiziert. Da drüben gibt es Wasser. Ja. Ist das deine Insel? Ja. Die sehen aus wie Zähne. Eine Zwei-Zahn-Insel. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Auf einem Gemälde. In Vaudan's Labor. Sie ist also echt? Ich mache das. Seid bitte vorsichtig. Ja. Fertig. So schnell? Ha. Dankeschön. Du bist gut darin. Und ohne dir weh zu tun. Hast du gut gemacht. Also mein Herr, wir müssen eure Insel finden. Ja. Ja. Weiter geht's in den nächsten Film. Das ist jetzt eine kurze Pause. Zum nächsten Mal wieder.